Kommen wir zum letzten Video in diesem Modul, in dem wir uns anschauen, welche Überlegungen in der Musikpädagogik nach dem Zweiten Weltkrieg angestellt wurden und wer zu ihrem größten Kritiker avancierte. Es ist für uns wohl unmöglich zu verstehen, wie sich die Überlebenden des Krieges nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs gefühlt haben müssen. Die Jugend gefallen oder in Gefangenschaft, Hunger, Not und Zerstörung überall. Dazu das Wissen um die verlorenen Generationen der Menschen, die sich dem System nicht anpassen konnten oder wollten oder denjenigen, die nicht den arischen Ansprüchen genügten. Viele Männer und Frauen auch der akademischen Eliten waren in den Krieg gezogen oder geflohen. Und trotzdem machte man sich schon sehr bald unter der Aufsicht der Besatzungsmächte an den Wiederaufbau der Städte, der Schulen und der Universitäten und damit der Ideen. Dass dabei natürlich nicht plötzlich lauter neue Stimmen erscheinen würden, kann rückblickend eigentlich nicht überraschen. Woher hätten diese denn kommen sollen? Trotzdem ist es zuweilen erstaunlich, wie gleich doch die Personen vor, während und jetzt nach dem Dritten Reich zu musikpädagogischen Themen schreiben und sprechen. Zum Beispiel äußert sich Fritz Jöde, der uns ja schon in der Jugendmusikbewegung und als Vertreter der musischen Erziehung begegnet war, im Jahr 1952. 1945 vollzog sich dann aus dem Zusammenbruch heraus der Neuaufbau der singenden und musizierenden Jugend zum Dienst. Und so sang es aus den Trümmern heraus in Gefangenenlagern, in Flüchtlingslagern, in den Städten, auf dem Lande, in den Kirchen, in den Chorvereinigungen, im Hause und wieder in den Schulen. Und überall klang es auf, das hohe Lied von der menschenverbindenden Kraft der Musik, von der inneren Beglückung durch die Musik, ja, und nun wirklich aus der Tiefe empfunden von der Heilkraft der Musik für den Menschen und für die Menschengemeinschaft. Und so haben wir uns wieder ans Werk gemacht, haben noch einmal begonnen, sind nicht vor der Zeit geflohen mit unserem Liede, sondern haben versucht, uns der Zeit mitten ins Herz hinein zu singen. Wie Wilfried Gron feststellt, griff der Musikunterricht also recht unbeschwert das Prinzip des Musischen nach dem Krieg einfach wieder auf und versuchte ohne die ideologischen Ziele wieder im Sinne der Menschenbildung zu argumentieren. Egon Kraus eröffnete die erste Bundesschulmusikwoche in Mainz 1955 mit den Worten, es geht uns nicht in erster Linie um die Musik, um das Kunstwerk, sondern um die Weckung der gestaltenden Kräfte im Menschen. Daher ist folgerichtig auch an die Stelle des fachlich-musikalischen, das Musische getreten. Hier hört man fast unverändert den Geist der musischen Erziehung wehen, allerdings bevorzugte man nun die Bezeichnung als musische Bildung. Es stand also auch weiterhin gemeinsames und erfülltes Singen im Vordergrund. Vor einer Überbetonung des Intellekts wurde dagegen gewarnt. Es ist sicher eine Vereinfachung, wenn man sagt, dass die Vertreter der musischen Erziehung bemüht waren, nahtlos an die Entwicklungen aus der Weimarer Republik anzuknüpfen. Aber zumindest gab es aus dem Fach Musikpädagogik selbst vorerst keinen großen Bruch mit dem Gedankengut. Hierzu bedurfte es erst eines Außenstehenden, der zwar genügend musikalisches Fachwissen mitbrachte, aber durch seine Exilerfahrung vor allem stark in seiner philosophischen Entwicklung geprägt war. Die Rede ist von Theodor Wiesengrund Adorno. Er war seit 1953 als Professor für Philosophie nach Frankfurt zurückgekehrt und begründete dort die Frankfurter Schule, die sich durch ihre sozialkritische Sicht auf Gesellschaft auszeichnete. Bereits 1952 war Adorno, der auch eine Philosophie der neuen Musik verfasst hatte und sich intensiv mit den Vertretern der Zweiten Wiener Schule auseinandergesetzt hatte, als Gast bei einer Tagung des Darmstädter Instituts für neue Musik und Musikerziehung eingeladen. Der Teilnehmerkreis dieser Tagung umfasste unter anderem auch zahlreiche Vertreter der musischen Erziehung, darunter zum Beispiel auch Fritz Jöde. Hier sprach Adorno erstmals über Musikpädagogik und Kunstwerk. Und diese Rede muss eindrucksvoll gewesen sein. Er sprach sich eindeutig gegen die musikpädagogische Musik und Formen des Gemeinschaftsmusizierens aus, weil sie den Zugang zum echten Kunstwerk verbauen und eine falsche Gemeinschaft vorgaukeln würden. Mit musikpädagogischer Musik meinte er hier unter anderem die von den Vertretern der Jugendmusikbewegung vielfach veröffentlichten Bearbeitungen und Kompositionen von einfachen Spielstücken für Musikanten. Der Konflikt mit den Vertretern der musischen Erziehung, die sich durch die Kritik direkt angesprochen fühlten, spitzte sich noch zu, als Adorno zwei Jahre später 1954 seine Thesen gegen die musikpädagogische Musik in Darmstadt vortrug und diese nach der Tagung ohne sein Einverständnis in der Zeitschrift Junge Musik veröffentlicht wurden. In der Zeitschrift wurden den Thesen Entgegnungen von Vertretern der Jugendmusik gegenübergestellt, wie gesagt, ohne dass man Adorno um Erlaubnis gebeten hätte. Eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit den Thesen selbst würde an dieser Stelle wirklich zu weit führen. Gerade philosophisch Interessierte sollten sich aber gerne die Mühe machen, die Texte auch im Original ganz zu lesen. Sie finden sie in Band 14 der gesammelten Schriften. Oder sie machen sich auf die Suche nach dem Band Junge Musik, indem sie dann auch die teils polemischen Repliken der Vertreter der Jugendmusik finden. An dieser Stelle sollen nur ein paar Aspekte der insgesamt neuen Thesen herausgestellt werden, deren Inhalt sich auch in anderen Schriften, zum Beispiel der Kritik des Musikanten, wiederfinden lässt. Hier widerspricht Adorno also dem Glauben der Vertreter der Jugendmusikbewegung und der musischen Bildung, dass die Kräfte der Musik den Menschen wieder zu einer Einheit mit der Gemeinschaft führen können. In der zweiten These wirft Adorno der Jugend- und Gemeinschaftsmusik vor, dass sie die künstlerischen Produktivkräfte willkürlich zurückschraubt. Hiermit meint er die einfachen Bearbeitungen und die Beschränkung auf ein spieltechnisches Niveau, dem auch Laien bzw. Musikanten gewachsen sind. Adorno dagegen ist ganz klar ein Verfechter einer neuen Musik, die alle neuen Gestaltungsmittel und spieltechnischen Entwicklungen ausnutzt, um auszudrücken, was der Geist der neuen Zeit von ihr verlangt. In der dritten These prangert Adorno an, dass ein Kultus der Gemeinschaft als Selbstzweck totalitär sein muss und die Tendenz zur Unterdrückung des Einzelnen in sich trägt. In der siebten These formuliert Adorno in wenigen Worten sein Unbehagen gegenüber der Entwicklung, die aus seiner Sicht die Jugendbewegung genommen hat. Die musikpädagogische Musik ist ein Ableger der Jugendbewegung. Ihre Aura ist die des Wortes Musikant, des als Spielmann verkleideten Großstädter auf Fahrt. Adorno wirft den Musikpädagogen der Nachkriegszeit also vor, dass sie sich immer noch unter dem Dach der musikpädagogischen Musik viel zu geborgen fühlen und fordert sie auf, dass sie die falsche Sicherheit verließen und die Kraft des kritischen Gedankens sich zueigneten, anstatt vorweg von der Schar der Gleichgesinnten sich bestätigen zu lassen und das unbequeme Argument als längst bekannt und erledigt einzuordnen. Nun haben Adornos heftige Angriffe natürlich auch etliches an Gegenwind und Gegenwehr provoziert. Wobei die im Grundsatz wohlberechtigte Kritik zum Teil durch die Adorno eigene philosophisch komplexe Ausdrucksweise leider zum Teil in den Hintergrund trat. Stattdessen boten die Thesen genügend Stoff, dass sich die Vertreter der musischen Erziehung auf die Verteidigung einer notwendigen musikalischen Grundbildung zurückziehen konnten und sich nur oberflächlich an seinen musikästhetischen Positionen abarbeiteten. Karl Heinrich Ehrenfort fasst die Leistung Adornos so zusammen. Adornos Einspruch hat zu Recht und zu rechter Zeit utopische und zugleich regressive Überanstrengungen der Jugendmusikbewegung gerügt, die nach Hitler und Auschwitz keinen Platz mehr beanspruchen dürfen. Er hat damit, ohne ausdrücklich auf das unbewältigte Erbe der Musikerziehung im Dritten Reich einzugehen, jene Illusion zerstört, die Glauben machen wollte, man könne wieder dort beginnen, wo man 1933 aufgehört hatte. Aber bei allem Insistieren auf die Bedeutung der autonomen Kunstmusik der zweiten Wiener Schule übersah Adorno, dass eine realistische Zielsetzung der Musikerziehung nicht darauf verzichten kann, die Vielschichtigkeit einer demokratisch offenen, modernen Musikkultur und den damit verknüpften Auftrag der Inproduktion und der Aufklärung der heranwachsenden Generation nüchtern im Auge zu behalten, auch wenn manches davon Fragment bleiben wird. Insgesamt gesehen scheint der Einfluss der Kritik Adornos zunächst begrenzt gewesen zu sein. Die Zeit war vielleicht noch nicht reif für eine umfassende Neuorientierung der Musikpädagogik. Trotzdem haben seine Ideen langfristig eine große Wirkung entfaltet und auch die Ausrichtung eines Musikunterrichts, der am Kunstwerk und der Aufklärung orientiert war, mit beeinflusst. Mit dem musikpädagogischen Denken eines Autors, der deutlich durch Adornos Kritik geprägt war, beschäftigen wir uns auch im nächsten Modul, der Orientierung am Kunstwerk von Michael Alt. Bis dahin!